Ich habe mich jetzt wirklich aufrichtig entschuldigt. Glaubst du, er kann mir vielleicht noch einmal verzeihen? Jungs, vor einer Woche habe ich Annabelle Gomez auf YouTube herausgefordert. Wir haben sie gebeefst. Und wir haben immer noch keine Antwort bekommen. Schenkst du uns den Sieg, Annabelle? Schenkst du uns den Sieg? Du hast mich herausgefordert zum Zurückbiefen? Gar kein Problem. Ich hatte die perfekte Idee zum Zurückbiefen. Vielleicht will das Universum einfach nicht, dass wir Beef haben. Sondern... Na ja, also... Vielleicht will das Universum... Dass wir Beefy haben. Und vielleicht nicht irgendein Beefy. So eine Beefy XXL! Du weißt nicht, was du tust. Irgendwie die letzten Worte vor diesem Beefy. Wie? Scheiße. Nico, hast du jetzt schon sehr beleidigt. Da muss mindestens eine Entschuldigung drin sein. Okay. Die Annabelle Gomez möchte YouTube-Beef haben. Ja, klar. Oh, 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 oh! That I beefed you out. Is it so late to say I'm sorry now. Oh, oh, oh! Danke! Ich sehe tudo ernst an. Lange nicht bewu... Genau das reicht es. Das reicht! Sorry! Thank you very much. Du möchtest YouTube-Beefen? Ihr hast dich dieses Ding! Ich habe mich jetzt wirklich aufrichtig entschuldigt. Glaubst du, er kann mir vielleicht noch einmal verzeihen? Jungs, ihr wisst, was ich hier zu tun habe. Zieht eure Anti-Cringe-Unterhosen an, Jungs, denn es wird verdammt nochmal fucking cringy. Au. It's not time to beef around, just relax and take it easy. You're still young, and that's your fault, there's no need to beef around. Find some beef and then sit down. If you want to, you can eat it, because that, and that is what beef was intended for. Wait, hold on, what the hell am I even talking about? All I wanted to say is that Bear, Bear and I, we are just friends. You have to believe me. How can I try to explain when she do, when I do, goddammit. How can I try to explain when I do, she turns away again? I'm sorry, yes I am. Can you forgive me? I would really like to get to know you a little better, baby. So I really hope you will forgive me for all the things that I have done. Please forgive me. Oh, 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 oh. Ah ha! Der Hammer hat's gebracht. Das war mal wieder ein Experiment von Professor Dr. Dr. Blindermate. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Was that alright? That was legitness! Yeah it was, huh?